moin ladies and gentlemen ich darf euch vor meinem wohlverdienten sommerurlaub noch mal zu einem recht kompakten update video begrüßen viele haben danach gefragt dementsprechend schauen uns heute noch mal kurz die hk4 16 a 5 gbb an und das eben jetzt in der dritten generation version 2023 mein letztes review oder das erste review von der ersten generation ist mittlerweile sechs jahre alt da bietet sich einfach an dass wir mal drüber gucken und mal schauen was hat denn jetzt vfc die letzten jahre an dem modell vielleicht verbessert oder vielleicht verschlimm bessert denn natürlich das modell ist auch ein kleines bisschen teurer geworden muss man sagen wie gesagt haben viele danach gefragt dementsprechend machen wir so ein update video und auch heute möchte ich mich natürlich wieder recht herzlich bei der firma umarex bedanken ganz besonders beim lieben axel der mit dieses modell für dieses kurze video einmal ausgeliehen hat also leute macht euch vielleicht ein bierchen auf und los geht's beginnen wir dieses video wie üblich kurz mit dem lieferumfang und direkt mit den technischen daten daten platz jeder direkt hier drüben und hier hat sich bis auf den innendurchmesser form innen oder vom innenlauf nichts geändert bedeutet früher war noch ein standard messing lauf drin gbb mit 6,08 mm jetzt ist es der typische vfc aluminium lauf auch wieder gbb natürlich aber mit 6,03 mm also innendurchmesser bei der aktuellen generation 6,03 nicht mehr 6,08 der rest ist natürlich exakt identisch geblieben auch der lieferumfang ist gleichbleibend bisschen sicherheitsgedöns könnt ihr euch durchlesen und ebenfalls von umarex wieder eine sehr gute gebrauchs- und sicherheitsanweisung in mehreren sprachen drin und auch wieder schön auf den hintersten seiten wieder teile liste teilenummern und explosions zeichnungen so wünscht man sich das super dann speed loader ist dabei den hatten sie ja leider bei der hkm 110 hatten sie den weggespart den send artikel hier ist er weiterhin dabei und ganz wichtig natürlich auch mit dem gbb aufsatz vorne drauf wenn ihr den mal verlieren sollte oder wenn euch das ding da abbricht oder irgendwas ihr könnt auch die ganz normalen speed loader kaufen zum nachrüsten mit diesen unterschiedlichen aufsätzen da ist auch immer einer dabei der passt für gbb ist da wird aber dann die bb nicht mehr von oben reingedrückt wie es bei dem jetzt der fall ist sondern da wird das ganze so leicht schräg im winkel von vorne reingedrückt funktioniert aber letztendlich genauso und für einsteiger wieder wichtig verliert diesen adapter nicht sonst könnte ein bisschen nervig werden das magazin zu befüllen dementsprechend ich empfehle immer klebt den aufsatz einfach mit sekundenkleber einmal fest dann habt dann immer mit drauf und könnten nicht verlieren so und dann ist natürlich es modell selbst ist enthalten auch die gibt es natürlich weiterhin ganz normal in schwarz wie das auf dem tisch sieht oder eben in dieser kombination in diesem ja in diesem perlgold letztendlich wie gesagt zwei farben weiterhin natürlich erhältlich so und dann ist ein aktuelles ein aktuelles gas magazin ist enthalten natürlich ersatzmagazine weiterhin mit 85 euro sehr sehr teuer und hier muss ich leider sagen wie bei der vfc bcm auch hatte ich schon wieder probleme mit dem magazin ich konnte das modell als er neu kam nicht mal verwenden weil das magazin instant komplettes gas verloren hat bedeutet ausgepackt es war original eingeschweißt ausgepackt gas rein zwischen komplett raus bedeutet ich muss jetzt erstmal das magazin bevor ich überhaupt irgendwie mal die ersten schüsse abgeben konnte musste ich jetzt erstmal hergehen und musste das magazin abdichten und es ist ein punkt da wenn jetzt viele zuschauer werden jetzt sagen wer was soll denn das ist kann ja nicht sein oder muss ich leider sagen doch das kann immer wieder sein ihr könnt euch egal von welchem hersteller auch eine backup kaufen kann es passieren dass das magazin out of the box undicht ist und ihr das zeug abdichten müsst das ist einfach eine kinderkrankheit oder es ist einfach bei gbb ist immer wieder der fall also wie gesagt ist ein bisschen schade hier aber besonders werde ich euch jetzt dann gleich zeigen wie ich es abgedichtet habe denn bei dem magazin finde ich die die kopfdichtung die kopfdichtung oben nennen wir es einfach so beziehungsweise die obere dichtung vom oberen flansch finde ich im vorderen bereich von vfc absolut schlecht konstruiert wie gesagt zeige ich euch gleich mal im detail wie ich dieses magazin dicht bekommen habe so dass ich habe jetzt gerade eben die neue hk4 16 a 5 gen 3 von umarex ausgepackt wollte jetzt gerade anfangen es hopperpacking einzuschießen mal die ersten kugeln durchzuhauen da musste ich leider feststellen dass das magazin welches bei liegt komplett undicht ist bereits out of the box so und da möchte ich heute noch mal im detail darauf eingehen denn viele gerade einsteiger verstehen das einfach nicht dass ein gas magazin halt immer mal wieder undicht werden kann bedeutet auch wenn ihr euch eine kniffte jetzt kauft kann es passieren dass das ding out of the box einfach nicht abdichtet ihr müsst also ihr müsst euch mit der technik auseinandersetzen und ihr müsst eure magazine einfach abdichten können ansonsten macht es für euch keinen sinn eine gbb zu spielen denn es wird immer mal ein magazin undicht werden und das ist eben ein allgemeiner punkt bei gbb ist so dann schauen wir uns das magazin mal an ich kann es einmal ganz kurz demonstrieren bedeutet ich pack da hinten einfach mal gas rein und ich meine ihr habt glaube ich gehört zischt oder bläst komplett ab und ich meine hinten am auslassventil dementsprechend jetzt schauen wir mal wie wir das neue magazin hier auseinander bauen das ist ja in den auch eine neue generation im vergleich zu dem alten von vor keine ahnung sechs jahren glaube ich hatte ich die letzte schauen wir mal da oben sind zwei schrauben drin die machen wir mal raus brauchen wir zwei in bus so und bei der zweiten schraube sollte man jetzt aufpassen denn da hängt natürlich die ganze federspannung drauf bedeutet ihr solltet dieses obere kunststoffteil einmal festhalten wie gesagt hier vorne drückt die feder und der follower dagegen wenn ihr das nicht festhaltet springt euch das jetzt alles raus und die seitlichen hebel könnten euch auch wegfliegen dementsprechend hier ein bisschen vorsichtig machen wir mal so und dann vielleicht noch ein kleiner tipp was euch helfen könnte ok das hilft euch nicht weiter ich wollte es euch jetzt gerade zeigen dass ihr auch mit einem bit von oben rein gehen könnt quasi in den kugelkanal und die feder unten halten könnt und dann könnt ihr das so entfernen und dann vorne den follower rausziehen gut jetzt ist halt alles bereits einmal rausgeflogen auch egal später bei der montage darauf achten follower so rum rein bedeutet hier diese aussparung oder diese nupsi seitlich der muss natürlich auf die seite von den hebeln damit die quasi betätigt werden können wenn das magazin leer ist so router nehmen auch mal ab und jetzt müssen wir letztendlich noch die bodenplatte weg machen erstmal die hebelchen die werden uns wahrscheinlich jetzt sind weg fallen dementsprechend bekommen die gleich runter hat der bleibt noch drauf in ordnung so und jetzt die bodenplatte weg und natürlich gerade vergessen natürlich muss das magazin leer sein bedeutet wenn da gas drin ist definitiv nicht auseinander schrauben sonst fliegen euch die teile durch die gegend durch den gasdruck so drei schrauben unten drin braucht man zwei fünfer schrauben ebenfalls alle drei raus so alle drei schrauben entfernt können wir die bodenplatte einmal runter nehmen hier seht ihr die untere bodendichtung einmal außenrum die können wir später auch ein bisschen mit silikon einpinseln ein bisschen silikon fett damit es auch hier nicht zu problemen kommen kann so und jetzt da wenn man im inneren bereich reinschaut sehen wir da hinten eine kreuzschraube die ist schräg und läuft quasi ja läuft im inneren bereich so oder ja so ungefähr ihr müsst also um die zu lösen ein bisschen schräg ansetzen quasi ja so rein wenn ihr das so schrauben wollen dann macht ein schraubenkopf kaputt also schraubendreher nach hinten neigen und dann innen drin die schraube einmal lösen so auch das müsste schon gewesen sein schauen wir mal so jawohl die lassen wir drin stecken und jetzt können wir den oberen teil einfach abziehen hier unten geht dann später die schraube rein hier vorne ist der hebel drauf den können wir auch ebenfalls einmal entfernen so letztendlich gehäuse brauchen wir nichts großartig dran machen hier hinten ist ein füllventil das hätten wir aber natürlich auch von außen wechseln können bedeutet hätte jetzt das ein füllventil irgendwie abgeblasen oder wäre undicht könnte man einfach mit einem schlitzschraubendreher oder mit dem ventil schlüssel hier hinten ist ein füllventil wechseln das ist uns natürlich mit dem auslassventil welches hier hinten drin ist nicht möglich so dann schaue ich mal ob mein ventil schlüssel da drauf passt bedeutet wir gehen mal her nehmen so eine standard ventil schlüssel und schrauben jetzt mal das auslassventil raus hier hinten hängt noch ein ohrring drin den braucht man und sollten uns nicht kaputt machen sowie bringen wir den es da raus so hier einmal ohrring sondern schauen uns jetzt als allererstes mal die ohrringe an ob die noch in ordnung sind der sieht gut aus denn gerade beim reinschrauben von solchen ventilen kann es gern mal passieren dass man so einen ohrring kaputt macht im gewindegang innen aber wie gesagt der sieht noch der sieht gut aus der hier vorne drauf der sieht auch noch gut aus wenn wir es einmal rumdrehen und der hier und der ist ein bisschen rau das ist ein kleines bisschen rau aber das sollte eigentlich nicht das problem sein dementsprechend nehmen uns ein kleines bisschen silikonfett her und pinseln die ohrringe einmal ein bedeutet hier hinten den kleinen drücken uns ein bisschen den kolben drücken drücken uns ein kleines bisschen raus ein bisschen rausdrücken festhalten dann hier hinten kleines bisschen silikonfett drauf und ja aufpassen die ersten schüsse wird solchen kleines bisschen silikonfett rausdrücken also bitte am besten irgendwie ja schauen dass da halt danach ein lauf wieder sauber macht falls es zu viel fett rein drücken sollte so und der hier kommt da hinten drauf einmal hier und auch diesen pinseln wir uns ein kleines bisschen ein ihr könnt wie gesagt ihr könnt da ganz normale silikonfett verwenden am besten eignet sich für sowas aus dem rc bereich so dämpfer öl denn da bekommt er unterschiedliche viskositäten und ich nehme jetzt hier 100.000 cps bedeutet ein relativ zähes und dickflüssiges fett das drückt dann letztendlich schön überall in die ja in die positionen rein damit jetzt eben wieder sauber abdichtet so dann schrauben wir uns das ganze ventil wieder einmal rein und achten aber darauf dass natürlich die ohrringe einmal sauber auf position bleiben gerade hier innen drin wenn ihr von oben reinschaut könnt ihr den ohrring sehen der muss natürlich in der nut drin bleiben so und dann ziehen wir das ganze handfest zu also nicht übertreiben beim zudrehen ihr müsst es nicht zu mal zu knellen wie ein schmied sondern ganz normal bisschen handfest und fertig so dann zieht das erst mal wieder recht anständig aus da innen drin ist auch ordentlich jetzt einmal silikonfett und dann können wir das ganze wieder installieren so bevor wir es installieren würde ich jetzt auch hergehen und würde mir ebenfalls ein kleines bisschen zur sicherheit silikonfett außen um die dichtung rum schmieren bedeutet hier unten an die gummidichtung einfach aus sicherheit damit hier eben auch alles sauber abdichten kann schauen wir das klappt mir hier ein bisschen hoch pinseln da ein kleines bisschen drunter überall einfach ein kleines bisschen fett hin so nach dem zusammenbauen war das ganze leider immer noch nicht dicht und der druck geht nicht verloren am auslassventil oben sondern hier im vorderen bereich wo die dichtung leider sehr sehr dünn von vfc gefertigt wurde wenn ihr euch die dichtung hier oben mal anschaut da habt ihr hier vorne so ein ganz dünnen gummisteg und ihr seht vielleicht den drückt den drückt ihr bereits rein und genau hier vorne dichte das ganze nicht ab man merkt auch wenn man es dann wenn man es dann zusammenbaut und gas rein rein tut wenn man hinten dagegen drückt bedeutet die die gesamte gruppe sozusagen nach vorne gegen die wandung presst dann ist es dicht drückt man es wieder ganz leicht nach hinten entweicht hier vorne wieder komplett es gas also hier hätte vfc diese dichtung hier vorne gerne noch mal millimeter breiter fertigen können dann hätten sie hier diesen auslasskanal hätten sie hier ruhig millimeter weiter nach innen versetzen können also hier die dichtung ist meiner meinung nach doch ja nicht ganz so geil konstruiert das wäre auch sicherlich besser gegangen hier vorne mit diesem dünnen steg könnte sehr sehr anfällig sein so und dann ist mir jetzt gerade noch was aufgefallen und zwar wenn ihr auch mal ein problem haben solltet checkt mal hier vorne seht ihr ja das ist wie so eine art nut und federsystem einmal außenrum und hier vor hier vorne hatte ich von der fertigung wie so eine art ja einfach zu viel material dran das heißt da war sowieso ein großer fetter span hier vorne drin gehangen da bin ich jetzt kürzerhand mit einer ganz kleinen pfeile drüber gegangen und habe diesen span quasi abgetragen damit das nut und federsystem hier einmal außenrum sauber ist so und jetzt würde ich eben hergehen und wird probieren dass ich mir in dieses nut und federsystem eine lage ptfe bzw teflon band reinziehe damit ich das ganze irgendwie dicht bekommen ansonsten muss ich erstmal von umarex ein neues magazin anfordern damit ich überhaupt das video starten bzw vorbereiten kann so eine lage eine dünne lage ptfe band rumgezogen jetzt gehe ich her und tue erstmal ein kleines bisschen silikonfett auf die dichtung wieder auftragen und zwar im unteren bereich damit das ganze dann später am ptfe band schön sich anschmiegt sozusagen so jetzt haben also die ja die dichtung innen drin bisschen mit silikonfett eingepinselt und jetzt drücken wir uns die auf das ptfe band einmal drauf und hoffen dass das ganze jetzt dann deutlich besser abdichten würde so und auch außenrum trage ich ebenfalls noch ein kleines bisschen silikonfett einmal auf okay bevor wir weitermachen würde ich sagen lasst uns erstmal ganz kurz testen ob es wirklich jetzt dicht ist bedeutet wir machen erstmal den boden drauf und sichern den und sind erstmal nur mit der mittleren schraube und dann können wir ganz kleines bisschen gasdruck drauf geben und gucken ob es oben einmal dicht ist wie gesagt ich nehme mal nur eine schraube hier unten zieh mir die ein bisschen fest sollte langen und jetzt halt nicht übertreiben nicht komplettes magazin vollfüllen sondern nur ein kleines bisschen kleines bisschen gas rein und und jetzt ist es einwandfrei dicht also wie gesagt diese diese dichtung die obere dichtung innen drin vorne sehr sehr dünn und meiner meinung nach doch relativ fehleranfällig das hätte vfc deutlich besser konstruieren können die dichtung eben oben also gut leute braucht er halt wieder wie üblich bei gbb ist ein kleines bisschen ptfe band lässt sich leider nicht vermeiden wenn man probleme hat also dann baue ich das ganze magazin mal wieder zusammen und ich kann endlich mit dem video zur 416 a 5 gen 3 beginnen also ihr seht auch hier muss man weiterhin bei gbb ist ein kleines bisschen tüfteln man braucht unbedingt als gbb spieler immer ptfe band und immer ein zähflüssiges silikonfett zu hause hat man sowas nicht und hat man zwei linke hände rate ich immer von der gbb ab immer denn ihr müsst die magazine einfach abdichten können sonst seid ihr aufgeschmissen so aber wie gesagt ihr habt gesehen oder ich habe es euch versucht zu erklären hier vorne die obere dichtung im vorderen bereich die lippe finde ich viel zu dünn konstruiert da hätte vfc locker noch mal die ganze dichtung vielleicht noch mal um millimeter oder 1,5 millimeter an dem steg vorne rüber einfach breiter fertigen können denn ja der durchgang zum rotor oben ist groß genug also platz ist da warum sie das so dünn gemacht haben und meiner meinung nach dem entsprechen auch sehr anfällig konstruiert haben verstehe ich leider nicht muss ich leider im fazit ja muss ich leider im fazit entsprechend erwähnen soll es das soll schon gewesen sein jetzt machen wir weiter mit dem chrono test da habe ich euch das aktuelle modell auch wieder durchgekront und vor allem natürlich heute auch wieder den effizienztest gemacht denn hier war ich auch wieder sehr positiv überrascht wie bei der bcm von vfc auch ihr bekommt aus dem knallstock richtig viele schuss raus pro gasladung die zweite labe die dritte ladung die dritte ladung und die vierte ladung und die vierte ladung okay verschluss arretiert nicht mehr aber circa 130 schuss die dritte ladung 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 doch super von der Energie, finde ich. Also gerade für unsere Spielfelder hervorragend und genauso von der Einstellung out of the box eigentlich perfekt. Und eben auch eine sehr, sehr gute Gaseffizienz. Also das finde ich hervorragend, werde ich heute positiv im Fazit ansprechen. Der nächste Punkt ist dann auch wieder Thema Hop-Up einstellen. Das werden wir uns später noch mal im Detail anschauen. Denn natürlich ist es weiterhin ein sehr innovatives Hop-Up-System für eine GBB drin verbaut. Denn ihr könnt natürlich es Hopper weiterhin hier vorne an der Gasabnahme einstellen. Bedeutet, ihr dreht hier vorne, um eben mehr oder weniger Hop letztendlich einstellen zu können. Also da, wo ihr bei einer Scharfwaffe normalerweise umschaltet, ob mit Schalldämpfer oder eben nicht, könnt ihr hier vorne eben in Hop einstellen. Nur seid extrem vorsichtig hier vorne. Bedeutet, es ist über die Schnecke innen drin sehr aggressiv. Also ihr macht quasi pro Viertelumdrehung, legt ihr hier sehr viel Weg zurück. Also hier nicht rumdrehen wie ein Schmied, sondern wirklich ganz behutsam Fitzelchen mehr, Fitzelchen mehr, immer wieder schießen. Finde ich einfach mega. Wie gesagt, sehr grob eigentlich. Hätte auch ein bisschen feiner gehen können, aber es funktioniert dennoch sehr benutzerfreundlich. Also ihr könnt direkt eigentlich feuern, bisschen drehen, feuern, bisschen drehen. Gut ist. Wenn ihr euch zurückerinnert, früher noch, da muss man noch mit einem fetten Inbus, mit einem langen von hinten rein, muss den Verschlussträger raus oder bei KWA dann von der Seite rein mit so einem Einstellring, war alles nicht ganz so geil. Also da muss ich immer noch sagen, dass hier vorne über die Gasabnahme zum Einstellen, das ist aber mega, mega geil. Vom Hopp selbst auch, es ist natürlich das typische VFC Flat Hop Bucking drin verbaut, wie man es auch aus den Kurzwaffen kennt, aber leider haben sie den Tensioner nicht dazu optimiert, beziehungsweise er passt nicht ganz zu dem Bucking. Das ist bei der BCM, haben sie hier einen deutlich besseren Tensioner, beziehungsweise Lever drin verwendet im Modell. Bedeutet, ihr bekommt hier in der 416 etwas weniger Hopp drauf, wie bei der BCM, da einfach die Druckfläche vom Lever innen drin zu klein ist. Also den hätten sie in der Generation 3 auch noch anpassen können, damit er eben identisch ist, zum Beispiel zu der BCM, damit man mehr Fläche nutzen kann. So habt ihr jetzt zwar ein Flat Hop Bucking drin, drückt das Flat Hop Bucking oder die Patchfläche aber halt nur mit so einem ganz dünnen Steg letztendlich einmal in der Mitte runter. Also das, wie gesagt, das Potenzial kann das Bucking entsprechend überhaupt nicht entfalten. Wäre auch besser gegangen. Dennoch könnt ihr in dem Modell problemlos out of the box 0,8er 20 und auch 0,3 Gramm BBs verwenden. Also das funktioniert ohne Probleme. Noch höher würde ich nicht unbedingt gehen, sonst könntet ihr das Bucking relativ schnell verschleißen. Vielleicht noch 0,32, das müsst dann ihr entscheiden. Wenn ihr sagt, gut, ich mache halt irgendwann einfach ein neues Bucking rein, wenn es durch ist, ja, dann haut halt 0,32 Gramm rein. Wie gesagt, es wird halt etwas schneller verschleißen entsprechend. Aber wie gesagt, das funktioniert alles, ist in Ordnung. Nur, wie gerade angesprochen, sehr vorsichtig einmal vorgehen beim Hop einstellen. So, machen wir direkt kurz so ein bisschen Allgemeines. Natürlich das Modell werden die meisten von euch kennen. Es ist eine ganz klassische, muss man mittlerweile sagen, klassisches HK416A5-Modell. Bedeutet weiterhin mit dem Quad-Rail-System vorne dran, kein M-Log oder sowas. Ganz normal mit Picatinny-Schienen und greift sich entsprechend natürlich auch relativ, relativ, ja, breit, sage ich einfach mal. Bedeutet, das sind natürlich moderne M-Log-Systeme oder so. Die sind einfach im vorderen Bereich vom Griff deutlich angenehmer und deutlich schlanker. Hier eben das mittlerweile in die Jahre gekommene Picatinny-System. Genauso wie letztendlich bei der DD MK18. Einen sehr positiven Punkt, das schauen wir uns später im demontierten Zustand nochmal an. Die erste Generation hatte ein Riesenproblem, denn der Auto ist, oder euer Rohr sozusagen, ist eigentlich bei dem Modell dreiteilig oder vierteilig. Bedeutet, ihr habt hinten die Aufnahme, dann kommt so ein ganz dünnes Röhrchen, was komplett hohl innen drin ist. Dann hängt vorne die Gasabnahme mit drauf und dann schrauben sie hier vorne einfach nochmal so ein kleines Knubbelstück aus Stahl mit drauf. Da gab es früher ein Riesenproblem, dass das ganze Ding in der Aufnahme hinten mega rumwackeln konnte ab Lieferung. Da musste man dann Schraubensicherung nehmen und die Schrauben alle festziehen und pipapo ist jetzt bei der Generation 3 nicht mehr vorhanden. Bedeutet, wie gesagt, ich zeige es euch später nochmal im Detail. Ich bin der Meinung, VFC hat hier bei den Toleranzen oder vor der Passgenauigkeit nochmal nachgearbeitet. Bedeutet, dieses ganze Stecksystem innen drin sitzt deutlich, deutlich passgenauer zusammen und selbst wenn die Schrauben nicht verklebt sind, was sie aber sind out of the box, hier kein Wackeln und kein Schwingen mehr am Rohr vorhanden. Also hier schon mal besser wie bei den alten Generationen. Eine weitere kleine Verbesserung, gut, natürlich die Flip-Ups habt ihr natürlich weiterhin enthalten, könnt ihr hier hinten ganz normal abziehen. Sollte bekannt sein, wenn das nicht braucht, ganz normale HK-Lochkimmel hinten drauf. Auch hier muss ich sagen, da war die alte oder die erste Generation, da hat die ganze Lochkimmel, wenn man sie mal verwendet hat, war nicht satt gefedert. Bedeutet, die hat mega rumwackeln können und bei der Generation, da sitzt sie wirklich bombenfest und wackelt eben nicht mehr rum. Wie gesagt, hier auch vielleicht ein kleines bisschen optimiert. Der Rest ist natürlich exakt identisch geblieben, keine Modifikationen oder Änderungen am Receiver, auch am Schaft hinten, alles exakt identisch. Ich meine, wir können es noch mal ganz kurz durchsprechen, aber ich meine, das meiste wird er wahrscheinlich kennen. Natürlich 416 A5 Modell bedeutet, ihr könnt das ganze Modell beidseitig nutzen. Ihr habt den Magazinauswurf auf beiden Seiten, also entweder rechts oder eben auch vom Schützen aus auf der linken Seite vorhanden. Genauso wie letztendlich den Verschlussfang. Bedeutet, wenn es Magazin leer ist, natürlich dann arretiert das ganze hier hinten, dann könnt ihr den entweder hier lösen, wenn ihr ein neues Magazin eingelegt habt oder ganz klassisch über den sehr großen und erweiterten Verschlussfang vom Schützen aus auf der linken Seite. Hier einmal drücken funktioniert auch tadellos und selbstverständlich auch beidseitig nutzbar. Und hier natürlich der Feuerwahlhebel, der läuft bei einer GBB immer geiler wie bei einer SAEG. Bedeutet, ihr habt ja auf beiden Seiten ein richtig schönes, definiertes Klicken drin und auch kein, ja daher ihr eben kein Zahnrad-System drin habt wie bei einer AEG, auch kein Reiben, kein Kratzen oder ähnliches. Also das ist halt, ja so muss das halt eigentlich sein. Bekommen die Hersteller bei einer AEG leider nie so geil hin wie bei einer GBB letztendlich. Also das funktioniert klasse. Vielleicht noch ein Punkt auch wieder für Einsteiger. Nicht wundern, ihr könnt natürlich den Feuerwahlhebel im ungespannten Zustand nicht auf sicherstellen. Bedeutet, er bleibt so bei 45 Grad, bleibt er dann hängen. Und jetzt nicht mit Gewalt da rumdrücken oder rumknödeln, das geht nicht. Bedeutet, die Knifte oder die Airsoft könnt ihr nur sichern, wenn sie auch wirklich durchgeladen und repetiert ist. Ansonsten geht die Sicherung nicht, muss sie ja auch nicht letztendlich. So und Magazin haben wir uns dann, Magazin haben wir uns dann natürlich gerade schon angeschaut. Wie gesagt, die Dichtung finde ich nicht ganz so geil und das Magazin hat auch ein bisschen viel, ja viel Luft im Magazinschaft, muss ich sagen. Es ist natürlich weiterhin ein Zink-Magazin. Habt ihr vorhin bei der Demontage vielleicht ersehen können. Kompletter Zink-Körper innen drin, relativ schwer das Ganze und wackelt und klappert aber relativ stark, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ist Geschmackssache. Vielleicht könnte man sich noch ein bisschen Isoband oder Klebeband in den Magazinschaft reintun. Dafür droppt es aber natürlich problemlos. Also, wie gesagt, ein Vorteil, ein Nachteil vielleicht. So, natürlich Aufnahme, Trageriemen, links, rechts, weiterhin auch Stahl und der Schiebeschacht selbstverständlich einmal zum Einstellen und der läuft hervorragend. Habt ihr gerade gesehen, schön strafft das Ganze, aber dafür sitzt er komplett spielfrei. Bedeutet, er wackelt euch selbst in der ausgezogensten Position, wackelt euch das Ding da hinten nicht irgendwie rum. Also, das ist von der Passgenauigkeit sehr, sehr gut umgesetzt letztendlich. So, was können wir noch durchsprechen? Habt ihr gerade gesehen, natürlich, ihr könnt das Ding repetieren. Jetzt ist natürlich keine Kugel drin. Bedeutet, bleibt einmal sauber hinten. Und hier hat sich auch im inneren Bereich, sieht er dann später am Verschlussträger selbst leider nichts geändert. Bedeutet, bei der VFC-BCM hatten wir ja den gesamten Verschlussträger komplett aus Stahl. Das ist bei der 416 A5 nicht der Fall. Bedeutet, er ist weiterhin aus Zink gefertigt. Wie gesagt, sprechen wir später bei den Internals nochmal an. Worauf ich aber jetzt hinaus möchte, rein vom Rückstoß her, war die BCM minimals, minimals ein kleines bisschen stärker. aufgrund des Gewichts vom Verschlussträger. Der hatte halt ein paar Gramm mehr und natürlich, wenn da hinten ein bisschen mehr Gewicht reinknallt, ist der Rückstoß ein bisschen satter, wie wenn es leicht ist. Aber dennoch muss man sagen, das Ding knallt trotzdem mit Redgas wie Sau. Dementsprechend, wir können ja mal ein kleines bisschen trocken feuern. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Gas drin. Sehen wir gleich mal. Ich halte jetzt einfach meinen Verschlussfang fest. Und ihr seht, das Ding läuft einwandfrei. Warte mal, wir können auch mal so einen Test machen. Oh, jetzt wird es leer. Jetzt wird es langsam leer. Aber wie gesagt, vom Kronen war schon einiges Gas draußen. Aber ihr habt es auch gesehen, auch wenn ihr mal ein bisschen schneller triggert das Ding, läuft einwandfrei. Hier muss ich auch vielleicht positiv gleich noch ansprechen. Lass mich mal das mal kurz lösen. Vielleicht noch positiv zu erwähnen, auch wenn ihr mal vom GBB-System selbst, wenn ihr mal schnellere Schüsse abgebt und vielleicht mal ein ganzes Magazin durchblast. Ihr habt absolut keine Probleme, dass es irgendwie zu einem Klemmer kommt, dass euch irgendwie das ganze Flüssiggas hier seitlich aus dem Verschluss oder aus dem Auswurf raus spritzt. Überhaupt nichts. Also letztendlich vom GBB-System eigentlich exakt 1 zu 1 identisch natürlich zur VFC-BCM oder zur AR-15. Also hier auch vom Abzugssystem haben sie ein kleines bisschen was angepasst. Ist jetzt eben auch das BCM oder das neue Abzugssystem halt drin von VFC. Ich weiß nicht genau, wie es nennen soll. Also hier haben sie ein bisschen optimiert. Und wie gesagt, auch wenn ihr schneller triggert, das GBB-System selbst läuft brutal. Also läuft richtig, richtig gut. Auch der Rückstoß ist in Ordnung. Sie wird jetzt nicht zu träge, solange man es nicht übertreibt. Ich meine, wenn ihr da ein Magazin nach dem anderen raushaut und das Magazin wird eiskalt, natürlich wird das ganze System träger werden. Das habt ihr bei jeder GBB. Aber es kommt niemals zu dem Problem, dass es dann zu langsam wird und dann auf einmal irgendwie ausgast oder sowas. Nichts. Sie läuft langsamer, natürlich, wie alle anderen. Aber keine, ja kein Haken, kein Klemmen, kein Ausgasen oder unbeabsichtiges Ausgasen bei diesem GBB-System. Und jetzt habe ich euch ja vorhin schon gesagt, jetzt habe ich euch vorhin schon gesagt, ich möchte heute noch ein kurzes bisschen ansprechen Alternativen. Denn was haben wir denn aktuell auf dem Markt? Schaut euch mal die Foren durch. Bei den Leuten, die sich aktuell eine GHK kaufen, für 800 oder 1000 Euro. Die sind von der Qualität, müssen die ziemlich abgebaut haben. Bedeutet, da wird teilweise bemängelt, Spaltmaße, halber Millimeter hier, dann Schrauben locker, irgendwas passt nicht zusammen. Also qualitativ muss GHK, auch wenn sie sehr teuer geworden sind, mittlerweile leider abgebaut haben. Und wenn ihr euch die Reviews von GHK anschaut, die waren schon cool, die GBBs. Aber ihr musstet dennoch immer wieder hergehen und musstet mal vielleicht hop-up optimieren, je nachdem, welches Modell ihr euch gekauft habt. Also ihr musstet auch wieder noch mehr Geld reinstopfen. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, aber 800 oder 900 Euro will ich eh nicht für eine GBB ausgeben. Was habe ich noch für Alternativen? Letztendlich gibt es meiner Meinung nach dann nur noch zwei wirklich kaufbare GBBs aktuell. Entweder man kauft sich eine Marui mit dem Z-System, so eine MWS oder sowas. Die laufen auch hervorragend, habe ich euch auch ein Review drüber gemacht. Ja, oder ihr kauft euch eine VFC, eine 416A5 oder eine BCM. Was anderes bleibt euch eigentlich an Herstellern. Aktuell gibt es ja großartig nicht mehr viel. Ich meine, WE kauft euch heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. Aber wie gesagt, die Alternative im GBB-Bereich, ein ziemlich ausgedünntes Ganze, muss man mittlerweile sagen. Aber natürlich, eine GBB hat natürlich auch im Vergleich zu den anderen Systemen auch vielleicht deutlich mehr Nachteile, muss man sagen. Durch das Rückstoßsystem und durch das Feeling auch Vorteile, keine Frage. Aber so schnell wie heutzutage auf den Spielfeldern gespielt wird und getriggert wird mit den ganzen HPA und SAEGs, da kann man halt mit einer GBB nicht mehr wirklich mithalten. Also gerade für Einsteiger im Hinterkopf behalten, ich für mich persönlich würde eine GBB heutzutage eigentlich nur noch auf einem Feld spielen oder auf einem Event spielen, wo letztendlich GBB-Only gespielt wird oder halt Milsim gespielt wird. Auf reinen Skirms oder irgendwelche Wochenend-Events vergesst, spielt auf keinen Fall eine GBB. Ihr werdet von den ganzen HPAs und SAEGs weggetriggert letztendlich. Also wie gesagt, für Einsteiger immer ein kleines bisschen zu beachten. Thema GBB letztendlich. Dann lasst uns auch heute das ein oder andere Bauteil wieder durchsprechen, die Internals. Und ihr seht aber, ich habe das Modell, den Lower Receiver jetzt nicht komplett auseinandergerupft, denn ich denke, das meiste kann man im eingebauten Zustand erklären und auch sehen. Und hier auch die größte Erneuerung, zumindest zu der ersten Generation, welche ich noch kannte. Ob das schon bei der zweiten Generation der Fall war, weiß ich nicht. Denn hier haben wir jetzt letztendlich eine überarbeitete und neue Abzugsgruppe drin, welche exakt 1 zu 1 identisch ist zur VFC BCM, die wir vor ein paar Wochen im Review hatten. Also auch hier quasi der Hammer überarbeitet, der Disconnector unten überarbeitet und vor allem auch der Firing Pin überarbeitet. Ist also hier jetzt exakt identisch wie bei der BCM und selbstverständlich komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet das hier unten oder Disconnector, je nachdem wie ihr das nennen wollt, aus Stahl, der Hammer aus Stahl, der kleine Firing Pin, komplett einteilig aus Stahl gefertigt. Der war bei der ersten Generation noch zweiteilig, relativ dünn. Jetzt da komplett einteilig Stahl, etwas dicker konstruiert von der Abzugsgruppe her. Nur der eine Punkt im Vergleich zur BCM-Abzugsgruppe ist bei der 416 A5. Der Abzug leider nicht aus Stahl. Und natürlich, der Hammer hakt im unteren Bereich bei der vorderen Arretierung einmal am Abzug unten ein. Bedeutet, ihr habt unten drin so eine kleine Kante, bedeutet hier arretiert dann später letztendlich Stahl am Zinkguss. Und wenn ihr dann quasi abdrückt, dann löst diese Kante. Hätte man vielleicht, wie bei der BCM auch, den Abzug noch aus Stahl machen können. Denn wie gesagt, der ist nicht magnetisch. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er aus Zinkguss ist. Und der Hammer und alle anderen Bauteile sind natürlich komplett aus Stahl. Der Autosier natürlich auch komplett aus Stahl. Auch der Verschlussfang selbstverständlich. Sogar der Magazinhalter komplett aus Stahl gefertigt. Also hier, wie gesagt, bis auf den Abzug exakt 1 zu 1 identisch. Bedeutet, auch wenn ihr mal irgendwie Ersatz benötigt, könnt ihr auf ganz normale VFC-Abzugsteile zurückgreifen. Denn ich gehe davon einfach aus, dass VFC halt einfach diese Abzugsmechanik in alle AR-15 ähnlichen Modelle reinbaut. Ist ja letztendlich vom Lower nichts anderes. Ein kleinen weiteren Punkt, das habe ich euch bei der BCM schon angesprochen. Das könnt ihr jetzt auch noch mal ganz kurz sehen. Bei dem neuen Stahlhämmer habt ihr im vorderen Bereich, wo der Hämmer auf den Firingpin aufschlägt, habt ihr eine kleine Schraube eingearbeitet. Bedeutet, hier schlägt dieser Schraubenkopf, schlägt euch quasi auf den Firingpin drauf und der Firingpin überträgt die Kraft sozusagen aufs Auslassventil. Hier kann es zunächst mal vorkommen, dass natürlich der Schraubenkopf auf Dauer etwas platt wird und irgendwann verschleißt. Jetzt ist das Ganze aber, denke ich zumindest, so umgesetzt mit dem Schraubenkopf, dass ihr jetzt einfach hergehen könnt und könnt dann einfach diesen Schraubenkopf einmal tauschen. Bedeutet, wenn der platt wird, dann verschleißt nicht der Hämmer selbst, sondern nur die integrierte Schraube. Ist die platt oder defekt, schraubt das raus, macht eine neue rein, weiter geht's. Ihr müsst also keinen neuen Hämmer kaufen sozusagen. Und dann hatte ich noch einen interessanten Kommentar. Unter der BCM war das, glaube ich, der meinte, man kann sogar über die Schraube die, wie soll ich sagen, die Länge einstellen, wie weit der Firingpin reingeschlagen werden kann oder wie weit das Ventil öffnet sozusagen. Würde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren, weil wenn man die Schraube ein bisschen weiter rausschraubt, dann kommt die Last natürlich nicht auf den Kopf, sondern eher aufs Gewinde hinten drin. Und dann kann man sich eher das Gewinde vielleicht beschädigen. Aber wie gesagt, die Idee dahinter finde ich gar nicht mal so verkehrt. Wer möchte, kann das gerne ausprobieren. Wie gesagt, je nachdem, wie weit ihr die Schraube oder wenn ihr die ein bisschen weiter rausschraubt, könntet ihr eventuell die Länge des Firingpins justieren. So, da, da. Also das soll es so gewesen sein und ist meiner Meinung nach auch so die größte Erneuerung. Ich kann euch aber halt, wie gesagt, nicht sagen, ob das bereits bei der zweiten Generation auch schon der Fall war. Ja. Und auch natürlich, da es eben das gleiche System ist wie bei der BCM, auch hier hat der Hammer natürlich sehr viel Spiel. Bedeutet, das Ding kann euch da innen drin, der wird nicht sauber geführt, sondern der kann euch da innen drin locker drei, vier Millimeter hin und her wackeln. Und das habe ich euch das letzte Mal schon versucht bei der BCM zu erklären. Bedeutet, würde der steif sitzen oder hätte der Hammer auf der Achse gar kein Spiel und würde perfekt gerade nach hinten fahren, dann könnte er sich sozusagen nicht ausrichten. Und daher, wenn er einfach ein kleines bisschen Luft und Spiel hat, kann er einfach beim Zurückfahren kann er sich ein bisschen ausrichten, kann sich an den Verschlussträger anpassen und kann sich auch an weitere Hebelchen, wenn er hinten einhakt, ebenfalls angleichen. Also ist sogar besser in dem Fall, wenn er ein bisschen Spiel auf der Achse hat, als wenn das Ganze zu passgenau wäre. Also hat sich VFC auch etwas dabei gedacht. Ihr seht vielleicht, werden wir auch gleich beim Verschlussträger nochmal im Detail anschauen, der Hammer, gerade wenn man es mal vergleicht mit dem von der BCM, ungefähr gleich viele Magazine durch, weist hier doch ein kleines bisschen mehr, ja Abrieb, nicht aber ein bisschen mehr so eine Schleifspur auf. Das war bei der BCM, war das nicht so stark. Ich gehe aber davon aus, das liegt eben am Material vom Verschlussträger. Wie gesagt, kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann auch in der Aufnahme noch kurz eben das Verschlusssystem, jetzt schon mal kurz erklärt, müsst ihr wissen, wenn wir uns den Verschlussträger anschauen, auch hier eben der Verschlussfang, also der große Hebel hier, komplett aus Stahl gefertigt und der wird dann hier einmal in so einem Gehäuse gestützt und das Gehäuse hier ist eben separat und nicht Bestandteil des Aluminium Lower Receivers. Bedeutet, hier wird dann letztendlich die Kante überträgt sich auf die große Fläche, und dieses gesamte Gehäuse innen drin ist ebenfalls aus Stahl. Also hier prügelt letztendlich nicht der Verschlussträger letztendlich irgendwie auf Stahl und dann aufs Alu, sondern das ist einfach hier oben komplett aus Stahl gefertigt. Also auch das hat VFC meiner Meinung nach gut umgesetzt. Dann lasst uns also weitermachen mit dem Verschlussträger und da haben viele oder viele gingen davon aus, bei dem Review zu der BCM, dass auch die HK416 A5 jetzt da eben einen Verschlussträger aus Stahl installiert haben, denn natürlich im Vergleich zur alten Generation ist das Modell um einiges teurer geworden und da kann man natürlich davon ausgehen, okay, haben sie vermutlich auch aus Stahl gemacht, deswegen kostet es halt ein bisschen mehr. Muss ich euch leider enttäuschen, es ist eins zu eins derselbe Verschlussträger drin wie noch bei der ersten und bei der zweiten Generation. Auch bei der Nozzle und beim Nozzle Guide oder Nozzle Stop hat sich absolut nichts geändert. Bedeutet im Vergleich zur BCM, wo der gesamte Verschlussträger komplett ein Stahlteil war, dementsprechend sehr schwer war, hier das Ganze weiterhin aus Zinkguss gefertigt. Und dann habt ihr wie bei den alten Generationen eben auch nur letztendlich hier oben drin, die Nozzle Führung oder Nozzle Guide, Nozzle Stop, hier oben komplett aus Stahl gefertigt. Wie gesagt, der Rest ist komplett aus Zinkguss. Finde ich ein bisschen schade, da erklärt sich es mir irgendwie nicht, warum das Modell jetzt auf einmal so viel teurer geworden ist. Dann möchte ich ebenfalls beim Verschlussträger noch einen Punkt durchsprechen, das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Zunächst mal hier vorne drin, wenn ihr euch an das Review zu der BCM erinnert, wie gesagt, kompletter Verschlussträger, komplett aus Stahl gewesen. Da hat es aber dann hier vorne, wo der Verschlussfang einhakt, hat sich hier unten aufgrund des Prellschlags das Material ein bisschen so rausgedrückt. Da hat es wie so eine kleine Wulst da vorne am Eck gegeben. Und genau diese Kante hat dann innen drin die ganze Zeit im Upper Receiver das Aluminium weggescheuert. Man hat also innen drin Abrieb gehabt. Und das ist jetzt bei der HK416A5 nicht der Fall. Bedeutet auch hier, ihr seht, das ist zwar alles Zink, aber hier unten ist so ein kleines Stahlblättchen oder Stahlteil nochmal eingepresst. Und ich gehe davon aus, dass dieses sogar gehärtet ist. Denn ihr seht, wie gesagt, im Vergleich zur BCM exakt gleich viele Magazine durch, so circa 20 Max, da seht ihr noch gar nichts. Also hier, wo es bei der BCM eben noch diese Druckstelle gegeben hat, ist jetzt hier bei der 416 überhaupt nichts. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Material oder dieses kleine Teil hier vorne natürlich auch aus Stahl ist, aber vermutlich gehärtet. Und dementsprechend vom Material selbst härter wie der Verschlussträger bei der BCM. hat also natürlich ein Vor- und ein Nachteil, muss man sagen. Wie gesagt, ein bisschen schade ist halt Zink. Dementsprechend auch vom Gewicht her deutlich geringer wie bei der BCM. Der Rückstoß ist nicht ganz so satt, aber das Ding läuft auch vielleicht ein kleines bisschen länger und verschleißt euch nicht so schnell. Denn wie gesagt, wenn die Kante da vorne mal bricht oder durch ist und ihr müsst die ganze Zeit nacharbeiten, ja dann müsst ihr irgendwann einen kompletten Verschlussträger kaufen und die Dinge aus Stahl kosten saumäßig Geld. Also wie gesagt, bisschen schade, weiterhin aus Zink, okay, aber von der Haltbarkeit vielleicht sogar etwas besser wie bei der BCM. Kann man sehen, wie man will. So, die Nozzle habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Es ist weiterhin die V3-Nozzle drin und auch hier jetzt immer noch mit einem N-Pass. Bedeutet, ihr könnt mit einem 1,5 mm Inbus, wenn ich einen finde, ach hier, ihr könnt, oder ist es 1,5? Wartet, ich probiere es nochmal, aber ich glaube schon. Ja genau, ihr könnt mit einem 1,5 Inbus einfach hier innen reingehen und innen drin ist ein kleines Gewinde und hier rüber könnt ihr sozusagen die Gasmenge aufteilen. Wie gesagt, wie bei einem N-Pass, bedeutet die Menge, die nach hinten geht in die Nozzle und die Menge, die nach vorne geht, um die Kugel zu beschleunigen. Das könnt ihr eben hier innen drin überdrehen, über so ein Gewinde, könnt ihr das so eine Art Platte verschieben. Je größer die Öffnung nach vorne ist, desto mehr Gas entweicht in den Lauf und desto mehr Energie bekommt ihr raus. Gleichzeitig aber auch wird die Cooldown-Anfälligkeit dadurch schlechter natürlich und die Gaseffizienz wird schlechter. Bedeutet, ihr solltet immer ausmitteln und das Ding halt so konfigurieren oder so einstellen vom N-Pass, dass es nicht so schnell in den Cooldown reinfällt, dass das Magazin nicht so schnell kalt wird und dass die Effizienz halt noch einigermaßen in Ordnung ist. Also ich würde nicht unbedingt das Modell kontinuierlich irgendwie auf zwei Joule spielen. Ansonsten, wie gesagt, kann es halt schnell in den Cooldown gehen und eure Schussergebnisse werden dementsprechend nicht mehr so konstant. So wie es Standard kommt out of the box, fand ich es eigentlich perfekt eingestellt. War circa 50-50, also halb-halb letztendlich und da ist die Knüfte bei 0,2 auf 1,5 Joule gekommen und mit 0,3 Gramm auf 1,7 Joule und das finde ich perfekt. Bedeutet, man muss da jetzt nicht mal großartig rumschrauben. Gleichzeitig finde ich es aber auch gut, ihr könntet natürlich auch weiter runtergehen. Bedeutet, ihr könntet sogar das N-Pass so knapp einstellen, dass ihr selbst mit einem Red Gas nur noch 1,2 Joule rausbekommt oder 1 Joule. Dadurch wird die Gaseffizienz besser und das Modell fällt euch eben nicht so schnell in den Cooldown rein. Also hier hervorragend mit einem N-Pass ist bei der Nossel oder hat jemand kommentiert, ist ja eigentlich bei der Nossel immer drin verbaut bei der V3, aber bei der BCM hatte ich kein N-Pass drin. Ich habe es zweimal gegen kontrolliert, weil es war kein Gewinde drin, es war keine Schraube drin. Also es scheint auch V3 Nosseln zu geben ohne N-Pass. Warum, fragt mich bitte nicht. Vom Aufbau her dann natürlich exakt identisch, die Nossel sitzt weiterhin einmal hier drin. Übrigens hinten nicht irgendwie ventiliert wie bei GHK, sondern ein ganz normaler O-Ring drin. Bedeutet, wenn der mal irgendwie aufgerieben ist und nicht mehr sauber abdichtet oder das Modell anfängt irgendwie zu spritzen, nicht mehr sauber zu arbeiten, kontrolliert den O-Ring hier hinten, ist er durch, macht da einfach einen neuen drauf, ist ein stinknormaler O-Ring. So, wie gesagt, Nossel läuft sauber im Verschlussträger drin, können wir nicht meckern und wird weiterhin von hinten mit so einem kleinen E-Clip hier hinten drin gesichert. Nossel Rod sitzt dann einmal, oder Nossel Guide sitzt dann einmal so drauf. Wird von oben übrigens mit zwei kleinen Gewindestiften gesichert, welche übrigens mit Schraubensicherung fest sind und auch im mittleren Bereich. Auch diese Schraube ist mit Schraubensicherung reingeklebt. So, bedeutet hier gesichert, da gesichert und zum Schluss kommt auch noch seitlich so ein kleiner Stahlpin hier rein, so ein kleiner Spannstift, um das Ganze hier oben zu sichern, beziehungsweise zu fixieren. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, wie beim Hammer schon angesprochen, ich kann es euch nochmal ganz kurz zeigen. Der Hammer hat ja oben, jetzt bei der 416 A5, seht ihr, der ist ein bisschen zu silber geworden, bedeutet da reibt es ein bisschen und wenn ihr das mit der BCM vergleicht im Review, war das nicht der Fall. Hier sieht man einfach, dass halt Zink, so eine Zink, Aluminium, Legierung natürlich deutlich weicher ist im Vergleich zu Stahl. Und dementsprechend hat man auch hier deutlich mehr, ja, Schleifen oder Reiben. Bedeutet, ihr seht hier im unteren Bereich des Verschlussträgers, da reibt es schon richtig ordentlich und natürlich auch die Kante, wo der Hammer drüber rollt, auch hier schon relativ platt, muss man sagen. Bedeutet immer schauen, dass die Lauffläche oder die Führung immer ein kleines bisschen gefettet ist, damit einfach hier nicht der Zink zu stark irgendwie abgenutzt oder sich abreibt. Wie gesagt, das war eben bei der BCM nicht der Fall, da das Material vom Verschlussträger eben Stahl deutlich härter war, wie jetzt eine Zink-Aluminium-Legierung. Und wenn wir uns jetzt also mal den Upper Receiver anschauen, eben gerade, wie gesagt, im Vergleich zur BCM, dann sieht man einfach hier innen drin absolut null Schleifspuren. Bedeutet, das ist alles noch sauber und der Verschlussträger reibt euch da innen drin einfach nicht so stark. Bedeutet hier, wie gerade schon gesagt, vielleicht ein Vorteil bei der 416 im Vergleich zur BCM. Also hier vielleicht ein kleines bisschen Verschleiß unanfälliger. Wie gesagt, das sieht immer noch aus wie neu da innen drin. Beim Buffer und bei der Buffer-Spring bzw. Schließfeder hat sich leider nichts geändert. Bedeutet, der Buffer ist natürlich weiterhin tipptopp. Da können wir nicht meckern. Ihr seht, der ist auch zweifach gefedert wieder. Bedeutet, relativ weiche Buffer-Spring bzw. Schließfeder. Sehr weich gefedert, aber dann innen drin wieder so ein Stahlteil eingearbeitet mit einer sehr, sehr strammen Feder. Bedeutet, die Hauptfeder wird sehr, beim Zurückkatapultieren des Verschlussträgers wird diese sehr schnell komprimiert, da einfach sehr, ja sehr weich. Aber dann, wenn das Ganze hinten dagegen prügelt, in der Buffer-Tube prügelt das Ganze eben gegen diesen Stahlkern und wird dann über die sehr starke Feder innen drin wieder nach vorne katapultiert. Das ist einfach gut umgesetzt und dadurch laufen die Systeme auch sehr, sehr schnell im Vergleich wie noch vor, ja keine Ahnung, vor sechs, sieben Jahren. Da waren die Systeme noch deutlich träger. Also das ist gut umgesetzt, aber ich habe es euch vorhin auch schon gesagt, was leider immer bei den VFC-Knüften der Fall ist. Die Buffer-Spring scheppert und klappert in der Tube oder in der Buffer-Tube relativ stark rum. Also das hört sich beim Feuern ein kleines bisschen bescheiden an. Ihr könnt hinten in die Buffer-Tube ein kleines bisschen Fett reintun, damit die Feder ein bisschen eingefettet ist, übertreibt es aber nicht. Ansonsten reibt das Ganze zu stark. Hört sich blöd an, ja, aber auch Fett. Wenn zu viel drin ist, saugt sich teilweise dann das Material an und dann bremst es eher. Also wie gesagt, ihr könnt ein bisschen Fett reintun in die Buffer-Tube. Dadurch könnt ihr dieses Scheppern von der Feder ein kleines bisschen rausbekommen. Und abschließend ein Punkt, den VFC verbessert hat. Das war aber glaube ich schon bei der Version 2 oder bei der zweiten Generation der Fall. Und das ist die Passgenauigkeit vom Outer zur Hop-Up-Kammer. Bedeutet, hier ist eure Hop-Up-Kammer, die ist gleich geblieben, weiterhin ganz normal aus Zinkguss gefertigt, zweiteilig. Aber die Arretierung des Outers, das ist übrigens, der Outer ist übrigens eher eigentlich dreiteilig, bedeutet die Hop-Up-Kammer im hinteren Bereich. Dann ein sehr dünnes Aluminiumröhrchen, welches komplett hohl innen drin ist. Und vorne habt ihr dann letztendlich nochmal so einen Stahlkern quasi aufgeschraubt, wo dann der Inner einmal zentriert wird. Denn wie gesagt, hier habt ihr einen sehr großen Durchmesser. Hier innen drin wird der Inner nicht zentriert. Also sehr leichtes, dünnes Aluminiumröhrchen. Und da gab es eben bei der ersten Generation noch sehr große Probleme mit der Arretierung, mit diesen Schräubchen. Denn das hat relativ viel Spiel darauf gehabt. Und dann hat euer gesamter Outer, die ganze Gasabnahme vorne, hat alles sehr viel Luft und sehr viel Spiel gehabt. Und das hat VFC eben mittlerweile verbessert und optimiert. Ihr seht zunächst mal, dass die Passgenauigkeit deutlich straffer ist. Bedeutet, ihr müsst jetzt das Aluminiumröhrchen oder den Aluminiumautor relativ stark einmal draufpressen. Und ebenfalls seht ihr, dass hier sogar ein kleines bisschen Schraubensicherung aufgetragen wurde. Auch die Schrauben, welche das Ganze dann später arretieren, diese vier kleinen Senkkopfschrauben, sind mittlerweile auch mit Schraubensicherung drin. Und dadurch eben kein Spiel mehr oder kein Wackeln mehr am Outer vorhanden. Aber wie gesagt, das haben sie schon bei der zweiten Generation, war das glaube ich der Fall, da haben sie das schon einmal gefixt gehabt. So, die Barrelnut ist übrigens weiterhin aus Aluminium gefertigt, nicht aus Stahl und sitzt natürlich wieder relativ straff auf dem Upper Receiver drauf. Bedeutet, wenn ihr die losmachen wollt, braucht ihr natürlich ein AR-15-Tool oder halt irgendwie eine große Zange, wo ihr gut greifen könnt. Und dann empfehle ich immer, macht die Barrelnut außenrum ein kleines bisschen heiß. Geht mit dem Feuerzeug ein paar Mal außenrum, damit sie schön heiß wird und dann bekommt ihr sie einfach leichter geöffnet. Ansonsten werdet ihr da klopfen und prügeln müssen wie ein Weltmeister, damit ihr die Barrelnut einmal aufbekommt. Wie gesagt, aus Aluminium gefertigt, nicht aus Stahl. Die Hop-Up-Kammer und das Hop-Up selbst ist leider identisch geblieben, bis auf den Innern. Bedeutet, wo wir noch bei der ersten Generation oder bei dem Modell, welches ich eben Kante, mal reinschauen, werdet ihr feststellen, da war noch ein ganz normaler GBB-Lauf drin, aus Messing mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Jetzt verbaut mittlerweile VFC auch hier einen Aluminium-Innenlauf, auch wieder Standard-GBB von der Aufnahme hinten, aber das Ganze eben wie gesagt aus Aluminium und hart beschichtet. Und dementsprechend, wenn ihr hier hinten mal reinschaut, unter die Patchfläche, wo sich normalerweise der Abrieb von einem BB sammelt, hier seht ihr, dass das bei mir immer noch super aussieht. Ja, natürlich, man sieht so ganz leicht, so eine minimale Schicht von den BBs, aber wenn ihr das teilweise mal mit günstigen Messingläufen vergleicht von China-Herstellern, die relativ rau innen drin sind, da habt ihr nach 20 Magazinen, habt ihr da unten so eine komplette weiße Schicht drauf. Und das ist hier eben nicht der Fall. Wie gesagt, sehr, sehr gut. Warum sie jetzt auf Alu gehen, keine Ahnung, aber erfreulich auf jeden Fall 6,03 mm Innendurchmesser. S-Bucking ist auch gleich geblieben. Bedeutet, es ist rein theoretisch ein Standard-GBB-Bucking, aber ohne seitliche Phase oder ohne seitliche Aufnahme dran. Ist von der Patchfläche her, ist es ein, ja, wie die meisten VFC-Buckings jetzt mittlerweile, bedeutet ein schönes Flat-Hop hinten drin, fast sogar schon ein R-Hop. Sehr schöne, große Patchfläche, hervorragend, wird aber natürlich leider aufgrund des Tensioners oder des Levers nicht komplett vollständig genutzt, denn natürlich haben wir hier weiterhin oben drin den Standard, den Standard-Tensioner beziehungsweise Leather. Bedeutet, wir haben hier oben zunächst mal so einen kleinen Stahlbolzen drin, der übrigens relativ locker sitzt. Also den hätten sie ein bisschen passgenauer fertigen können von der Bohrung her, der sitzt ziemlich loose drin. Und da hängt dann letztendlich weiterhin der, ja, der Hop-Up-Arm oder halt der Leather drauf, wo der Tensioner direkt mit dran ist. Und jetzt seht ihr, dass wir zwar innen drin eine große, fette Patchfläche haben, aber wir drücken letztendlich die Patchfläche auch nur mit so einem sehr dünnen Tensioner runter. Und dadurch ist es dann auch wieder letztendlich nichts anderes, ja, wie ein stinknormales Bucking. Also nicht zu vergleichen mit anderen Hop-Up-Systemen, die einen langgezogenen Tensioner haben. Also das ist leider immer noch, oder das ist leider mittlerweile ziemlich veraltet. Das haben sie bei der BCM, haben sie das besser umgesetzt, denn da haben sie den gesamten Tensioner zwar auch am Leather mit dran gemacht, wo ich kein Fan davon bin, aber er war deutlich länger. Bedeutet, man kann innen drin die Patchfläche viel deutlicher nutzen. Hier also lange Patchfläche bringt uns aber nichts, da wir sie aufgrund des Tensioners, Schrägstich-Levers, so oder so nicht vollständig nutzen können. Es funktioniert aber out of the box mit 0.3 immer noch sehr gut, muss man sagen. Die Streuung ist aber im Vergleich zu anderen oder zu modernen Systemen doch etwas höher, muss man sagen. Und gleichzeitig habt ihr auch hier, ich erkläre es mal ganz kurz vor Einsteigern, die meisten von euch werden es natürlich wissen, wie gesagt, ihr habt natürlich dieses sehr geile innovative Hop-Up-System immer noch. Bedeutet, ihr könnt euren Hop einfach vorne über die Gasabnahme einstellen. Bedeutet, wenn ihr hier vorne dreht, habt ihr hier innen drin, habt ihr eine Schnecke und über die Schnecke läuft dieser Schieber hier. Der Schieber hat hinten eine kleine Rampe und diese kleine Rampe läuft dann letztendlich hinten unter euren Leather drunter. Bedeutet, je weiter ihr das nach hinten schraubt sozusagen, desto mehr Druck wird aufs Hop-Up ausgeübt. Hier muss ich leider sagen, dass das immer noch relativ grob ist. Bedeutet, wenn ihr euch mal die Schnecke oder wenn ihr euch mal diesen Hebel hier anschaut, wenn wir jetzt bloß mal eine Viertelumdrehung quasi drehen, dann werdet ihr sehen, also quasi Viertelumdrehung, dann werdet ihr sehen, dass wir bereits bei einer Viertelumdrehung sehr viel Weg zurücklegen. Hätten sie da vielleicht die Schnecke ein bisschen feiner abgestuft oder hinten die Rampe vielleicht sogar auch noch ein kleines bisschen vom Winkel verändert, dann wäre das Hop-Up nicht ganz so grob gewesen. Denn wie gesagt, ihr müsst euch da wirklich rantasten, ihr seid der Unterschied zwischen einem sauberen Hop und einem Über-Hop bei 0,3 sind ungefähr, keine Ahnung, ein Millimeterchen oder zwei Millimeterchen an der Drehung. Also hier ein bisschen grob letztendlich zum Einstellen. Das haben sie ja bei der BCM, habe ich euch das auch angesprochen, da haben sie auch ein sehr gutes Hop-Up-System drin, aber haben auch kein Feingewinde verwendet, sondern ein ganz normales M5-Gewinde. Und auch das war zum Einstellen einfach ein bisschen, ja es ist einfach zu aggressiv. Wie gesagt, da ist der Unterschied zum Über-Hop und zum sauberen Hop einfach zu gering. Hätten sie etwas feiner abstufen können. Aber auch hier, wie gesagt, nichts geändert und 1 zu 1 immer noch zur ersten Generation identisch. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, sehr kurzes und kompaktes Video heute. Nochmal alles im Detail durchsprechen können wir uns sparen, denn ihr habt es gesehen und ich habe es auch angesprochen, die Änderungen zu den alten Generationen, ja das sind nur kleine Nuancen letztendlich. Dementsprechend möchte ich aber natürlich auch mein 6 Jahre altes Fazit zu dieser Modellserie noch einmal überarbeiten. Das sprechen wir jetzt einfach nochmal im Detail durch. Fangen wir an beim ersten Pluspunkt. Die Verarbeitungsqualität ist spitze. Also richtig, richtig gut muss ich sagen. Auch jetzt das Problem mit dem Rohr oder mit dem Auto haben sie gefixt. Das wackelt eben nicht mehr rum, es Korn sitzt schön fest drauf, die Kaselnatt löst sich nicht mehr, der Schiebeschaft sitzt super von der Passgenauigkeit auf der Buffer-Tube drauf. Das funktioniert einfach super. Übergang, Receiverhälften, klasse, Feuerballhebel klickt auf beiden Seiten, wunderbar. Also gesamte Verarbeitungsqualität, klasse, wirklich, wirklich klasse. Der nächste Pluspunkt, da war ich ja bei der BCM irgendwie ein bisschen überrascht, warum eigentlich die gleiche Nossel drin ist, aber kein Endpass. Die 416 A5 hat natürlich weiterhin ein Endpass drin. So wie das Modell standardmäßig kommt, 1,5 Joule mit 0,2 Gramm und 1,7 mit 0,3 Gramm, ist das Ding out of the box perfekt für unsere Spielfelder eigentlich eingestellt. Natürlich die Gassorte und die aktuelle Außentemperatur spielt auch noch mit rein, aber ich finde dennoch, das ist perfekt eingestellt. Ihr müsst also rein theoretisch da nicht dran rumschrauben. Wenn ihr jetzt dennoch mal hoch wollt auf 2 Joule, dann ist das über das Endpass kein Problem. Bedeutet, ihr geht in die Nossel vorne mit einem 1,5 mm Inbus einfach rein und verstellt entsprechend das Endpass, beziehungsweise die Gasaufteilung entspringt. Finde ich geil, ist ein Endpass drin und auch wenn ihr sagt, ja ich dürfe vielleicht bloß 1,2 Joule spielen, ja gut, dann schraubt das halt das Endpass weiter zu. Also ist geil, Endpass, dementsprechend die Energie, einstellbar, hervorragend und daraus resultiert natürlich auch immer die Effizienz. Natürlich, ich meine das Ding ist jetzt schon mit 130 Schuss out of the box von der Effizienz einfach hervorragend. Wenn ihr aber jetzt, nehmen wir mal an, ihr schraubt das Endpass noch ein bisschen weiter zu und drosselt das Ding runter auf 1,3 Joule, dann seid ihr vielleicht bei 140 Schuss pro Füllung oder vielleicht sogar 150 Schuss. Also Effizienz und Endpass, alles hervorragend. Dann gebe ich einen Pluspunkt auf die Abzugsgruppe, die ist jetzt eben neu und ist entsprechend 1 zu 1 exakt identisch wie bei der VFC BCM. Nur der Abzug, der Abzug war bei der BCM aus Stahl, bei der 416 A5 ist dieser leider weiterhin aus Zinkguss gefertigt. Den hätten sie bei dem Preis vielleicht auch noch aus Stahl machen können, das ist das einzigste Teil, wo ich sage, gut, der könnte gegebenenfalls irgendwann mal verschleißen. Was ich aber geil finde, ist auch die Aufnahme von dem neuen Hammer, dass er eben nicht fest auf der Welle drauf ist, sondern sich einfach ein bisschen rotieren kann, sich ein bisschen bewegen kann und dementsprechend an die Flächen vom Verschlussträger anschmiegen kann. Auch der überarbeitete Firingpin, tip top, dementsprechend gesamte Abzugsgruppe überarbeitet, gebe ich einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt ist das Flat-Hop-Bucking, was VFC hier reinzümmert. Kennt ihr eben auch von den GBBs. Das ist ein sehr gutes Bucking mit sehr viel Potenzial. Ich würde es eben mit anderen modernen Buckings vergleichen mit so großen Patchflächen. Das ist super, bedeutet, ihr könnt auch Out of the Box bis zu 0,32 Gramm verwenden. Hätten sie jetzt allerdings den Lever, sprechen wir dann gleich nochmal an, hätten sie den Lever angepasst, hätte man ein bisschen weniger Druck gebraucht. Aber es funktioniert. Also hier Hop-Up-Bucking, Out of the Box brauchbar und muss man meiner Meinung nach nicht jetzt irgendwie ein Maple Leaf reinstopfen. Überhaupt nicht. Würde ich drin lassen, funktioniert. Der nächste und damit auch der letzte Pluspunkt, identisch auch zur VFC-BCM, das ist einfach das ganze GBB-System an sich, wie es arbeitet, wie es harmoniert, wie es von der Schließgeschwindigkeit ist, von der Buffer-Spring hinten, das läuft einfach tadellos. Sie wird jetzt auch nicht zu träge, wenn ihr relativ schnell triggert. Sie fängt nicht auch an irgendwie auszugasen oder zu klemmen oder dann auf einmal komplett leer zu laufen oder sowas. Gar nichts. Wie gesagt, ihr könnt das Ding durchdrücken, komplettes Magazin, komplett nahtlos durch, ohne irgendwas. Und das ist eben bei einer GBB auch wichtig. Denn wer sich zurückerinnert, vor einigen Jahren waren gerade diese GBB-Systeme noch sehr anfällig. Also wenn man da mal ein kleines bisschen zu schwaches Gas hatte oder das Magazin zu kalt war, dann hat man abgedrückt und das ganze Gas rausgespritzt. War eine Katastrophe. Also da muss man sagen, die Dinger laufen mittlerweile echt gut. Also GBB-System, ein Pluspunkt. So, jetzt ergänze ich zunächst einmal einen Neutralpunkt und das ist eben Thema Hop-Up-Lever. Denn hier habt ihr natürlich den Tensioner, wie gesehen, direkt am Lever mit dran. Und das ist halt wirklich nur so ein ganz dünner Steg. Bedeutet, ihr könnt eigentlich die große Patchfläche von dem Hop-Up-Bucking, könnt ihr gar nicht ausschöpfen. Das haben sie bei der VFC-BCM, haben sie einen deutlich besseren Lever-Tensioner einmal drin verbaut. Hätten sie meiner Meinung nach hier bei der Generation 3 ebenfalls optimieren können, dann wäre eben der Hop noch ein bisschen schöner gewesen, wie jetzt Out of the Box eben ist. Weil ihr einfach die Patchfläche nicht nutzt und entsprechend mehr Druck braucht. So, und dann muss ich leider auch einen Kritikpunkt geben und das ist leider, wie bei der BCM auch, ist immer wieder Thema Magazin bei GBBs. Habe ich euch am Anfang gleich Videoaufnahmen gemacht, das Modell ausgepackt, Gas rein, leer geblasen. Out of the Box wieder undicht gewesen. Und das kommt leider bei vielen GBBs heutzutage immer noch vor. Also ich verstehe nicht, warum die Hersteller es nicht fertig bekommen, irgendwie anständige Dichtungen oder so hinzubekommen. Hier muss ich sagen, natürlich die Magazine mit 85 Euro, saumäßig teuer. Warum ich es aber auch als Kritikpunkt gebe, die vordere Kante von der oberen Kopfdichtung im Magazin innen drin vorhanden, die ist so dünn, dass das meiner Meinung nach einfach bei der Dichtung eine Schwachstelle ist. Bedeutet, wenn ihr es hört, dass es zischt oder irgendwo oben ins Gas rauskommt, könnt ihr eigentlich zu 99% davon ausgehen, dass die Dichtung vorne bei diesem dünnen Steg oder bei diesem dünnen Übergang einfach nicht hält und undicht ist. Also da hätte VFC die Dichtung locker doppelt so dick fertigen können, damit es auch ein bisschen eine Haltekraft oder irgendwas hat, sich schön reinlegen kann. Nö, da machen sie so Millimeter Gummischläuchle rum. Also wie gesagt, Dichtung am Magazin oben finde ich grausam. Dementsprechend könnte es hier eben öfter mal zu Problemen kommen und ihr müsst halt mit PTFE-Band das Zeug wieder leider abdichten. Also gesamtes Thema Magazin ein Kritikpunkt. So und dann gebe ich einen Neutralpunkt auf Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn wie am Anfang angesprochen, wenn ihr euch zurückerinnert, die alten Modelle lagen alle noch so bei 480, 500 Euro, hat man die HK416 A5 GBB immer rum so bei den Händlern bekommen. Ab und zu gab es auch mal so ein paar Angebote, 460 Euro, war aber dann meistens so im 500er Bereich. Jetzt mittlerweile wollen sie für das Modell 650 Euro haben. Und da muss ich sagen, da stelle ich jetzt dagegen einmal die BCM. Bei der BCM, die kostet 20 Euro weniger, ist keine HK-Knüfte, aber hat ein schönes, modernes, schlankes M-Lock-System. Und ihr habt eben den Verschlussträger aus Stahl, was jetzt hier nicht der Fall ist. Und ihr habt auch den Abzug bei der BCM aus Stahl. Also ihr habt mehr Stahl drin für einen kleineren Preis, muss man sagen. Bedeutet, hier zahlt ihr einfach wieder für den Namen HK nochmal etwas mehr Geld und bekommt ein kleines bisschen weniger. So, das soll schon gewesen sein, aber wie gesagt, Thema Preis. Ich gebe es nur als Neutralpunkt, denn wie vorhin auch schon angesprochen, im GBB-Langwaffensektor fehlen euch eigentlich so diese, ja wie bei SAEGs, die große Auswahl. Es ist sehr ausgedünnt mittlerweile. Es gibt letztendlich, wie gesagt, GHK würde ich aktuell vielleicht nicht mehr unbedingt kaufen. Die sind total brutal überteuert mittlerweile für die Qualität, die sie liefern. Da bleibt eigentlich euch nur nochmal ruhig. Also wenn ihr jetzt so zwischendrin steht und nicht wisst, welches GBB-System ihr wollt, das Marui-System mit einem Z-System und MWS ist geil, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Oder halt dann eine VFC. Alternativen gibt es aktuell, ja gibt es aktuell eigentlich keine mehr, muss man sagen. Wie gesagt, dementsprechend muss man halt auch den Preis so hinnehmen, wie er ist letztendlich. Gut Leute, und das soll es dann für heute gewesen sein. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, vielleicht anzusprechen oder vielleicht habe ich sogar irgendeine kleine Optimierung von der aktuellen Generation jetzt übersehen, kann natürlich auch passieren. Wenn ihr das Modell selber spielt und möchtet einfach irgendwas ergänzen, wo ihr sagt, hey, schau mal dahin, das ist auch besser geworden. Oder guck mal, das ist genauso schlecht. Oder meine läuft total beschissen. Oder meine läuft total geil. Gebt einfach euren Senf jederzeit bitte im Kommentarfeld unten ab. Natürlich auch, wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem oder zu irgendeinem anderen Airsoft-Modell. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid. Lasst ein Like, vielleicht ein Abo und eine Mitgliedschaft auf Patreon da. Ich würde mich natürlich mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann in ca. 18 Tagen nach meinem Sommerurlaub. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein.